Eine Stärke von der RC505 ist definitiv die Effekt-Section, mit der man eigentlich keine anderen Effektgeräte mehr braucht, weil man die wichtigsten Dinge alle hier drinnen hat und sie wirklich sehr, sehr gut klingen. Um das jetzt näher zu erklären, die Input-Section ist hier und ich erkläre es jetzt nur anhand der Input-Section für die Output-Section gilt dasselbe. Um einen Effekt auszuwählen, drücke ich einmal hier, drei dieser Effekte kann ich hier diesen Buttons zuordnen. Um eine Auswahl zu treffen, drücke ich hier drauf, dann aktiviere ich im Moment jetzt mal das Reverb. Hier kann ich die Effekt-Tiefe einstellen und so weiter und wenn ich hier weiterdrehe, komme ich auf den Chorus, auf Granular Delay, Tape Echo, Delay Sounds und so weiter. Verschiedenste Effekte, die ich hier jetzt einfach zuweisen kann. Sobald ich den ausgewählt habe, ist der schon automatisch zugewiesen. Wenn ich wieder drauf drücke, ist der Effekt weg, wenn ich drauf schalte, ist er wieder dabei weg und so weiter. Und so kann ich eben diese Effekte zuweisen. Wir blenden jetzt ein, welche Effekte dieses Teil beinhaltet, sowohl für die Input- als auch für die Output-Section. Ich möchte euch anhand eines Beispiels am Reverb jetzt nur kurz zeigen, wie man die Parameter der verschiedenen Effekte beeinflussen kann. Man wählt also den Effekt aus. Ich bin hier jetzt im Reverb drinnen und über diese Pfeiltasten kann ich weiterschalten zum ersten Parameter. Das wäre die Reverb Time, um es lange zu machen oder eben wieder kürzer zu machen. Und dann habe ich hier das Effekt Level, wie stark der Effekt sein soll. Dieses Effekt Level ist in diesem Fall auch hier auf den TrackFX-Regler zugewiesen. Und das gilt für jeden dieser Effekte, da gibt es verschiedenste Parameter.